Ja, da ist ein Fahrzeug abgestürzt, ungefähr 60 Meter von einer Forststrasse in die Wiese AB und der Fahrer hat zusammengeschleitet, der ist sowieso schaut nicht gut an gewesen und ist schwerst verletzt und wird mit einem Verdacht auf Schädel-Hirntraum ins Landeskrankenhaus Valkirch geflogen. Die Wiese AB und der Fahrer hat einen Schädel-Hirntraum, der in der Fahrer hat einen Rundfunk, der in der Fahrer hat einen Rundfunk und der Rundfunk. Untertitelung des ZDF, 2020